Ich hoffe, dass das Mischfuttergeschäft noch lange bei uns von Bedeutung ist und mit so einem tollen Kraftfutterwerk wird man sicher auch seinen Marktplatz behalten können, weil einfach beim Landwirt kommt, die Qualität wird ganz oben angesiedelt und die können wir mit diesem tollen Kraftfutterwerk erzielen. Die Anforderungen für die AGV waren, wir wollen ein sehr, sehr hochmodernes Kraftfutterwerk bauen, was den heutigen Gegebenheiten in der Fütterung von Schweinen und Kühen entspricht. Im Schweinebereich benötigt man heute unterschiedlichste Strukturen beim fertigen Futter. Das ist einmal ein Mehlfutter oder sogar ein Strukturfutter. Ein Strukturfutter heißt für uns ein Futter, wo die Grobanteile und die Feinanteile so abgestimmt sind, dass das Fertigfutter nachher sehr fließfähig ist und vom Tier optimal aufgenommen wird. Weil wir sehr schnell mit der Firma Van Asen im Einklang kamen, haben wir mit denen auch die heutigen Anforderungen, die man haben muss, analysiert. Wir haben eigentlich von der Dosierung bis zur Fertigstellung, bis zur Verladung des Mischfutters, haben wir immer auf Qualität gesetzt, aber auch auf eine gewisse Geschwindigkeit, die die Charge im Kraftfutterwerk hinterlegen soll. Das heißt, wir haben eine 4 Tonnen Charge heute und wir haben sehr viele Dosierwaren in diesem Kraftfutterwerk eingebaut, dass wir eine sehr, sehr schnelle Dosierung garantieren können. Dann haben wir zwei Mahlsysteme eingebaut. Einmal die tolle Mühle von Van Asen mit dreifachem Siebwechsel und auf der anderen Seite, um die grobe Struktur beim Schweinefutter oder beim Getreide zu erreichen, eine Scheibenhülle. Ein weiterer Vorteil in diesem Kraftfutterwerk ist die wirklich tolle Kontrazellenverladung, die wir seit einigen Wochen im Gebrauch haben. Und ich würde mal sagen, in 5 Minuten ist der Lkw geladen und kann zu den Landwirten fahren. Heute kann ich wirklich sagen, ich bin stolz auf das Kraftfutterwerk, weil es genau so geworden ist, wie wir es uns gewünscht oder erdacht haben. Und wir haben jetzt im Augenblick die ersten Tonnagen zu den Landwirten gebracht und die Qualität ist wirklich so geworden, wie wir uns das damals erhofft haben. Van Asen ist eine Firma, die einen hohen Anspruch hat, die den auch erfüllt. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, in meinem zweiten Leben nochmal mit der Firma Van Asen bauen zu wollen.